Willkommen zu einer neuen Aufnahme von NETPIL LIFE STRAGE 2, zu einer neuen Folge, nicht der Aufnahme. Wir haben das letzte Mal hier mit David Madsen gesprochen, der hat etwas über Jefferson erzählt und ich würde sagen, wir gehen mal zum Auto. Scheint jetzt weiter zu gehen. Hey, need any help? Just checking out the levels and cleaning up the filters. I didn't know you were such a gearhead. Sean, this is basic car maintenance. And I may not be a pro like your father was, but I got some solid skills. I have to, out here. Yeah, sorry. I'm the newbie. I never really got into cars and stuff. Esteban was obsessed with his engines. That doesn't mean you had to be too. Das stimmt. Er war altmodisch, freundlich, dass ich mich selbst finde. Yeah. He only wanted me to find my own way. Whatever that was. Wish I had more time. Listen, Esteban loved you and Daniel for exactly who you are. He would be proud that you're going back to his homeland today. Did you guys ever go to Mexico together? We talked about going, but never did. He said growing up there was hard. But he loved it. I don't know anything about Mexico. It's scary. Sean. You're carrying the weight of two people on your shoulders now. It's okay to be nervous. I'm just tired of running. Of causing trouble everywhere we go. Daniel's power is overwhelming. And we don't know where it comes from. But you do know your brother. You'll be there for each other. I just want to get this shit over with. So we can start over. If we can. Your brother sure isn't a little kid anymore. He had to. Grow up too fast. Yeah. Leider. He wants to be equals. And you guys are gonna have to work together. He may even help you make it. If you know it, maybe you're right. Maybe you're right. Immer diese Antwort sozusagen. Ne? Feinselig und gut. Okay. Better get back to my tune-up. Alright. I'll make one last round before leaving. Okay. Machen wir das mal. Ja komm, den Müll müssen wir jetzt nicht unbedingt analysieren. Ich würde sagen, wir gehen nochmal zu Jo-en. Nach Daniel gucken. Tauschkiste. Look. Das ist so cool, dass Leute wollen, dass sie ein zweites Leben für ihre Sachen geben wollen. Das stimmt. Wo man selber sie braucht, heißt ja nicht, dass es... dass man sie wegschmeißen muss. Wer anderes kann es ja noch gebrauchen. Kino. So lange für Barbecue und Movie Nights. Hm. Hm. I don't know. Come on. First thing that could... Oh. Hab ich irgendwas unterbrochen. Hey. What's going on? Hm. I'm taking a look at this baby with hindsight. So. What do you think? Sieht sehr cool aus. Sieht etwas komisch aus. Looks very cool. I can totally tell what you're doing. Oh good. That makes one of us. But I like it. Of course. You. Daniel. Did inspire me. I love it. So. You guys leaving now? Yeah. Just wanted to say goodbye. That's sweet. You're so sweet. Your brother is so sweet. Having you boys around was the sweetest thing. This is for all your help. Really? Whoa. That's great. Uh. Do I get anything? Oh. Your name is on a way bigger sculpture. For everyone to see. That's true. I didn't think about that. Your brother needed a little something to remind him of the art. artist inside. Hm. Wicked. Okay. One big hug. And get out of here before we all start crying like babies. Hm. Thank you. John. Graham. Just please take care of yourself. And my special apprentice. No worries. We always do. Hey. Is it okay if I hang out a bit longer? If it's okay with her. Are you kidding? I need more help. So long, Sean. Don't be a stranger. John, David und Sean. Gut. I'll miss you so much. Dann auf geht's. Komm, wir gehen hierhin. Lass mit Daniel fahren. The way verlassen. Let's go. Daniel, do you copy? It's time to wrap it up. Be right there. Over. So. Did you get to say goodbye to the way? Yeah. Kind of sad. I know. Are we leaving yet? We have to, Anana. Come here. Mom. I. I'm gonna miss you. I'll miss you too, Danni. It was amazing to spend this time with you. I'm so damn proud of you both. And what you're gonna do with your life. And if you ever need me, I'm just around the corner. Okay, Mom. Thank you. Well, Sean, this is it. Was? Karen umarmen, Karen nicht umarmen. Ach, das ist jetzt hier eine wichtige Entscheidung. Aber ich mich stelle mal nicht. Das ist ja nicht wichtig, aber das ist eine wichtige Entscheidung. Natürlich umarmen ist sie. Thanks, Mom. For being there. Thanks for letting me, son. Let's hit the road. Take care, boys. Stay safe. Auf nach Mexico. Today, come on. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Okay, I trust you. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Scheiße. Wir sind nicht bewaffnet. Ach, shit. Hey, Sean, why would they build this? Well, you know, it's a border, man. Is there a wall like this, up north? No, not really. So, why did they build one here? I don't know, Daniel. I don't know. I don't know, Daniel. So, here we are, Daniel. So, here we are, Daniel. The end of the road. Finally. Let's get out of here. Yeah. Take it easy. You can do it. Get out of here. Get out of here, Daniel. Get out of here. Get out of here. Let's get out of here. Let's get out of here. Ich kann nicht... Es ist okay. Geh deine Zeit. Bleib... Focuse. Ich bin mit deinem Daniel. Ich bin fast da. Gibt's gut, Bruder? Äh... fast. So nun, lauf drüber, wo die Bullen da sind. Wenn ihr drüber seid, können sie euch nix mehr. Shhh, breathe. Na dann, rüber mit euch. Noch nicht. Ja! Rüber mit euch. Also, bevor die Bullen euch schnappen. Es ist alles zu dir. Es wird alles gut sein. Wir haben das schwerste Teil gemacht. Danke, dass du mich hier runterladen kannst, Sean. Nein, wir haben es zusammen gemacht, Mann. Komm schon. Lass uns zurück ins Auto gehen. Oh Mann! Ich kann nicht erwarten, bis du in den Ozean schwimmen kannst. Das wäre cool, wenn wir einfach auf die Bühne gehen können. Ich kann nicht erwarten, bis du zu kaufen kannst. Ich bin zufrieden, dass ich noch ein paar Chokokras bekommen werde. Es wird so... Was? Daniel! Daniel, talk to me! Daniel! Talk to me! Streifschuss. Nein. Nein. Nicht jetzt. Daniel! Hey! Wer sind sie denn? Team Meinen. Wer ist's? Das ist mein cmzert? Not wahr. Hahaha. Ich bin ein輕型 aus goals. tiny của du. Das Mas kobogra living. Dieses Stück abre? Das�mb next wird. Die müssen vorne sein. Das sagt, was er als einen Ruck ghost ist. Die Schwen fueron auf die Kaunen des cared? nicht schon wieder solche Händewittler und Rassistenschweine Listen, it's a long story but we really are trying to get out of here You can fucking skateboard across the border ten miles away so tell me the plan You're not cops You can't arrest us No, but we work with them and they sure appreciate our hill Looks like no one's coming for now Anyway, don't waste your energy I bet the border patrol has a big plan for you, mister Madison, come on We have to deal with this kid Stop leading Get off Don't move What? What the fuck? Get it off Stop Get it off Jesus What the fuck is going on? Where's Spencer? He's off duty today Why? Listen, we have a deal He knows Yeah, I heard about this crap Not happening anymore Come on, Maddie Do what the officer says Fuck How old is he? He's alright, officer Don't worry Shut it You're both coming with me to the station What? Are you kidding? What? They're illegals Fuck's sake What'd I say? Uh-oh Take a breath You okay now? Daniel! What? I'm sorry, are you Sean? Sean Diaz? You're under arrest Na super Hätte er jetzt auch noch seinen Namen verraten, wären wir vielleicht sogar noch freigekommen Na super Mh Arizona, 6 Uhr, 4. Juli God is waiting? Keine Ahnung Don't look at me Estas bien? Si Ich bin Diego Mi Mi esposa Carla Y este frijolito de aquí es Es Angel Oh, Angela Encantado Soy Sean ¿Cómo te sientes, hijo? Han visto un niño de 10 años Es mi hermanito Nos separaron Cerca del muro Está herido Lo llevaron a la enfermería Si fuera grave Una ambulancia ya Habría venido a buscarlo Si lo dejaron aquí, quiere decir que está bien Tranquilo, amigo Aquí no hacen daño a los niños ¿Qué es eso? Bien, pero aquí nos vemos el próximo video Let's play Life is 202, Episode 5 Hasta luego Adiós 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 Bis zum nächsten Mal.